Ja, wunderschönen guten Morgen, Anja und Lukas. Wie schön, dass ihr heute im Europäischen Parlament seid. Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Sehr gerne. Thema Chatkontrolle. Alle unsere privaten Nachrichten sollen durchleuchtet werden. Und selbst bei verschlüsselten Messengern, WhatsApp, Signal, soll vor Beginn der Verschlüsselung noch durchsucht werden. Was hältst du davon? Das ist ein großes Problem, denn bisher geht man davon aus, es wird verschlüsselt für den Transport und kommt dann sicher beim Gegenüber an. Jetzt ist aber der Ansatz, dass es bereits auf meinem Gerät ausgelesen werden kann. Das heißt, ich kann meinem eigenen Gerät nicht mehr vertrauen. Ich weiß nicht, wer mitliest, bevor quasi das unterwegs ist. Das ist von der Erklärung her, wie wenn ich einen Brief schreibe. Jemand schaut mir über die Schulter, während ich es tue, macht vielleicht sogar Fotos davon und dann stecke ich es in sicheren Umschlag und schicke es ab. Also unser Smartphone wird zum Feindangreifer gegen uns selber. Und ein anderer Teil der Chatkontrolle, der gar nicht so bekannt ist, besagt, dass Jugendliche Apps mit Kommunikationsfunktionen gar nicht mehr installieren dürften mit der Begründung, sie könnten darüber von Fremden angesprochen werden. Was hältst du davon, Lukas? Ich halte davon recht wenig, weil es auch einfach der Lebensrealität von vielen Jugendlichen aktuell nicht gerecht wird. Wenn ich jetzt selbst an meine Jugend zurückdenke oder auch generell, sehr viele Jugendliche bewegen sich sehr stark im Internet, sei es jetzt auf irgendwelchen Plattformen oder durch Computerspiele. Und sehr viele Apps bieten auch die Möglichkeit, auf irgendeine Weise zur Kommunikation. Jetzt die Jugendlichen komplett davon auszuschließen, weil man sie vor irgendwas schützen will, halte ich persönlich für den falschen Ansatz. Da gäbe es mit Sicherheit bessere Wege. So eine Art digitaler Stupenarrest, unter den ihr da gestellt werden sollt. Wenn ihr davon auch nichts haltet, informiert euch auf meiner Homepage chatkontrolle.de. Da steht auch, was ihr dagegen tun könnt.